Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer ganz kurzen Folge und zwar, ihr habt es im Titel schon gesehen, mache ich was mit Zitronen. Zwei unterschiedliche Dinge. Hintergrund ist, ihr habt das sicher auch schon gehabt, dass ihr Zitronen gekauft habt. Meistens kauft man ja so ein kleines Netz mit je nach Größe und so ein Pfund ist ja meistens drin. Also es können drei, vier, fünf oder sechs Zitronen sein. Und es ist meistens so, dass wenn man sie gekauft hat und zu Hause in die Obstschale gelegt hat, meist am nächsten oder übernächsten Tag direkt eine komplett von grünem Schimmel bedeckt ist und praktisch ja nicht mehr zu gebrauchen und eklig ist und alles. Das liegt sicher daran, dass also es steckt, hoffe ich mal, kein böser Wille dahinter, sondern hat damit zu tun, dass die natürlich geerntet und dann zusammengetragen werden und vielleicht auch gelagert. Und da sind dann eben von unterschiedlichen Erntetagen Zitronen zusammen. So erkläre ich es mir zumindest. Und da ist dann eben auch mal eine dabei, die schon etwas länger in dem Lagerhaus gelegen hat, sodass eine eben dann schon etwas mehr Zeit hinter sich hat. Was machen wir? Wir machen einmal eine Sache, die ich schon länger ausprobieren wollte, die aus Gründen immer wieder, auch aus den genannten Gründen. Ich habe immer wieder Zitronen gekauft und bin nicht dazu gekommen, das zu machen. Und dann war es meistens schon wieder zu spät. Die Rede ist von Salzzitronen. Ich habe jetzt hier schon angefangen. Ich habe verschiedene Rezepte mir angesehen, obwohl die Zahl der Zutaten überschaubar ist. Also in der einfachsten Fassung, die ich jetzt hier gerade auch, während ich rede, so ein bisschen vorbereite und zubereite, enthält der Titel oder der Name schon eigentlich alle Zutaten und keine großen Geheimnisse. Ich spreche auch gleich noch von Varianten, die ihr ausprobieren könnt, je nachdem, was ihr so mögt oder was euer Ziel ist. Und natürlich sage ich euch auch, wofür man sie einsetzt. Ich werde jetzt hier nur mal gerade aufholen und erzählen, was ich bisher gemacht habe. Ich habe die Zitronen gewässert, also einfach in eine Schale mit kaltem, sauberem Trinkwasser gegeben, damit sie zum einen sich so ein bisschen vollsaugen können und auch eben oberflächlich etwas gereinigt werden. Jetzt habe ich sie eben das Wasser abgeschüttet und die Zitronen auch mit einem sauberen Küchentuch wieder abgetrocknet etwas. Und jetzt schneide ich sie in Viertel, also länglich in Viertel und presse sie in ein Glas. Und immer wenn eine Lage drin ist, streue ich etwas mehr Salz darüber. Ich habe jetzt hier noch ein paar Reste gehabt aus verschiedenen Tütchen und Tiegeln und das werde ich jetzt hier mal so ein bisschen aufbrauchen. Mengen sind da schwierig, also man soll reichlich Salz natürlich nehmen. Das konserviert ja auch das Ganze und schützt eben davor, dass die Zitronen verderben. Ich habe jetzt hier eine Zitrone drin. Also ich würde sagen, bei pro Zitrone anderthalb Esslöffel Salz ungefähr, damit ihr eine Faustformel habt. Und man presst die auch in das Glas rein. Verwendet wird nachher hauptsächlich die Schale. Darum ist es wichtig, dass ihr Bio-Zitronen kauft. Und bei vielen steht dann auch, müsst ihr mal auf dem Label gucken, dass die Schale zum Verzehr geeignet ist. Das heißt, da sind dann garantiert keine Sachen aufgebracht auf die Schale, die jetzt Haltbarkeit oder Erscheinungsbild verbessern. Trotzdem sollte man sie nochmal gründlich abwaschen. Aber wie gesagt, ja, wenn ihr die Schale esst, dann sollte das natürlich auch, sollte da keine Chemie drauf sein. So, ich habe jetzt hier relativ kleine Gläser. Es ist ja auch ein Experiment. Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht probiert und weiß nicht, ob das Ergebnis nachher was für mich ist. Darum hier passen jetzt so zwei Zitronen rein. Mal sehen, wenn ich jetzt ein bisschen drücke, kriege ich da noch ein Stückchen rein. Das kann man durchaus machen, denn mit dem Rest der Zitrone mache ich dann nachher noch was anderes, beziehungsweise brauchen wir dann eben auch den Saft der Zitrone. Und da komme ich jetzt auch schon zu den Varianten. Erstmal die Art, die Zitronen zu schneiden, unterscheidet sich in den Rezepten. Ich habe mich jetzt hier für die Viertel entschieden, denn man benutzt die fertigen Salzzitronen nachher auch als Gewürz eher, so als Beigabe zu Fleisch- und Fischgerichten. Das ist ja eine Sache, die aus der marokkanischen Küche stammt. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz gut handhabbares Format, diese Viertel. Nicht selten, habe ich gesehen, wird auch einfach eine Zitrone an den Seiten eben vierfach eingeschnitten, sodass sie eben noch zusammenhängt. Das ist natürlich vom Erscheinungsbild her schöner. Und natürlich auch, wenn ihr größere Mengen davon herstellt, einfacher zu handhaben, als das alles zu klein zu schnibbeln. So, ich habe jetzt doch fast drei Zitronen reingepresst, hier in das kleine Glas. Ihr seht das nachher auf dem Foto, wenn es euch interessiert. Und gebe jetzt noch eine letzte Schicht Meersalz darauf. Jetzt noch das gute Fleur de Selle so ein bisschen. Wird jetzt vielleicht geschmacklich nicht so viel Auswirkungen haben, aber ist halt auch schön so. So, jetzt hatte ich hier noch eine halbe Zitrone liegen. Da presse ich jetzt mal noch den restlichen Saft raus, denn ich fülle das Ganze hier mit Zitronensaft auf. Und andere Rezepte füllen das mit heißem Wasser auf, beziehungsweise mit heißer Salzlake. Und auch einige, um nochmal auf die Schnitte zurückzukommen, manche haben die auch gar nicht zerteilt, die Zitronen, sondern komplett gelassen und dann eben in Salzlake eingelegt. Da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten. Auch die Zugabe von Gewürzen ist nicht selten. Ich habe so beim Stöbern mal gesehen, es gibt wohl eine Variante mit Safran. Das ist natürlich dann gleich nochmal ein Kostenfaktor. Aber auch so die typischen orientalischen Gewürze, im einfachsten Fall Pfeffer, aber auch Nelken und andere Gewürze kann man zugeben. Aber ihr kennt mittlerweile sicher meine Devise. Bei solchen neuen Sachen möchte ich erstmal so den Grundgeschmack der Sache erkennen, ermitteln. Mit Gewürzen kann man dann immer noch spielen, wenn es einem schmeckt oder wenn man sagt, es ist cool, aber es fehlt noch irgendwie so ein bisschen was. Dann kann man nochmal sehen, wie man das Rezept erweitern kann. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mit Zitronensaft das Ganze hier aufzufüllen. Dann hat man wirklich nur die pure Zitronen- und Salzgeschichte. Wie gesagt, man kann auch, wenn man jetzt nicht so viele Zitronen verwenden möchte, mit Wasser arbeiten. Und eine weitere Variante ist, auch gemischt Olivenöl zuzugeben. Auch das ist wohl nicht selten. Man kann auch eben das mit Wasser, mit Salzlake aufgießen und oben nochmal so als Schutzschicht sozusagen, damit keine Luft drankommt, das Ganze mit einer dünnen Schicht Olivenöl bedecken. Da gibt es also sehr viele Varianten. Ich, wie gesagt, werde Zitronensaft verwenden, um hier aufzufüllen. Auch das ist ein klassisches, eine klassische Zubereitungsart dieser Salzzitronen. So, jetzt gehen wir mal, das ist eigentlich schon das Ganze, was ihr beachten müsst, wenn ihr das auch ausprobieren möchtet. Das Ganze muss erst mal relativ lange dunkel und kühl lagern, also am besten im Kühlschrank oder wenn ihr habt, im Keller. Bis zu drei Monate muss das so still vor sich hin lagern und dann entwickelt sich das entsprechende Aroma. Ich werde auf diese Sache natürlich nochmal zurückkommen und dann eben auch ein klassisches marokkanisches Gericht zubereiten und ihr könnt natürlich auch darauf warten, bis ich dann das hier selber probiert haben und dann die Entscheidung treffen, ob das für euch nachahmenswert erscheint. So, jetzt habe ich hier noch ein Viertel, eine halbe und zwei ganze Zitronen liegen. Da machen wir jetzt den fließenden Übergang zum anderen Rezept. Jetzt habe ich natürlich das Ausgetrocknete genommen für die Salzzitronen und muss jetzt hier gerade nochmal das andere Glas abtrocknen. Ich habe das eine aus der Spülmaschine gezogen und das andere heiß ausgespült, weil ich das noch so im Schrank stehen hatte und das eine hätte jetzt feucht bleiben können und das andere, naja, Gott. Aber man, so ein Glas abtrocknen ist ja jetzt auch nicht so schwer. So. Denn ich werde jetzt hier auch noch eine andere Variante herstellen, nämlich Zitronenzucker. Wenn ihr beim vorletzten Potstock wart, dann habt ihr sicher schon mal von dem legendären Orangenzucker gehört oder vielleicht sogar ein Gläschen mitgenommen. Das hatte ich so als kleines Geschenk verteilt. Da hatte ich nämlich gerade Bio-Orangen, eine Riesenkiste bestellt und Teil der Verwertung war eben, die Schale abzumachen. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Zitrusfrüchten. Mittlerweile habe ich auch Grapefruit-Zucker, Bitterorangenzucker. Also, um die Sammlung mal vollständig zu machen, fehlt jetzt eigentlich noch Zitronenzucker. Und weil ich jetzt hier gerade diese Zitronen verwerten möchte, bietet sich das an, weil es ja auch eben jetzt besonders gute Zitronen sind, wo man die Schale ausdrücklich verwenden darf. Und was ich mache, ist, ich habe hier so eine Microplane. Ihr könnt natürlich auch mit ähnlichen Reiben arbeiten. Das Schöne hier bei diese Microplane ist eben, dass sie so kleine Zähne hat, die nicht nur die Schale abreiben von der Zitrone, sondern auf der anderen Seite sammelt sich das Ganze an. Und bei den klassischen Reiben, die nur so über so Knubbel, also so ausgestanzte Erhebungen verfügen, sammelt sich das ja eigentlich zwischen den Zähnen der Reibe. Das ist immer doof. Dann muss man mit einem Küchenmesser oder was das da rausknibbeln. Und hier diese Zahnreiben, da sammelt sich das nicht dazwischen, sondern wie gesagt, da, wo man es haben will. Das Ganze ist eigentlich jetzt nicht großartig kompliziert. Ich sammle jetzt hier diese Zesten, die ich hier abgerieben habe von der Schale in einem weiteren kleinen Einmachglas und werde das nachher mit Zucker vermengen. Und danach kann ich dann eben die Zitronen hier zerteilen und den Saft für meine Salzzitronen verwenden. Zitronenzucker eignet sich, das könnt ihr euch denken, als Backzutat wunderbar. Da gibt es das ja auch teilweise im Handel irgendwie zu kaufen. Entweder als Aroma synthetisch oder ich glaube, man kann sogar hier diese Zitronenschale in so kleinen Päckchen kaufen. Aber natürlich so frisch zubereitet und haltbar gemacht durch den Zucker ist das noch ein ganz anderer Schnack, weil dann wisst ihr, was drin ist. Und es ist ja jetzt auch nicht extrem kompliziert. Es ist jetzt eine Arbeit von fünf bis zehn Minuten. Und dann könnt ihr halt immer, wenn ihr das frische Zitronenaroma und natürlich auch Zucker in einem Gericht gebrauchen könnt, darauf zurückgreifen. Und ich mache das entsprechend konzentriert. Also sehr viel Schale auf überschaubare Mengen Zucker, sodass man eben auch bei Rezepten, wo man weniger Zucker braucht, sondern mehr von dem Aroma noch damit zurechtkommt. Und gegebenenfalls kann man ja immer noch zusätzlich Zucker dazugeben. Nur rausverdünnen ist immer etwas schwieriger. So, genau. Ich glaube, das war auch schon alles, was ich dazu zu erzählen habe. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du. Bis zum nächsten Mal.